So Leute, nachdem wir diesen richtig schönen Pump gehabt haben, bewegt sich Bitcoin mittlerweile seitwärts und ich weiß, viele von euch fragen sich jetzt, ob es die richtige Zeit ist, um in eine Bitcoin-Long-Position einzusteigen. Im heutigen Video werde ich euch diesen Chart zeigen und dieser Chart wird euch zumindest ein bisschen bei dieser Entscheidung helfen können. Dann werden wir uns heute noch darüber unterhalten, was es Neues zum Thema Inflation gibt, was sich momentan alles am Horizont so zusammenbraut, dann auch noch darauf, worauf wir auf jeden Fall aufpassen sollten, denn es gibt wieder ein paar wichtige Daten bezüglich Binance und zu guter Letzt zeige ich euch noch, warum ich zu 100% Vertrauen darin habe, Bitcoin zu halten. Der Hauptgrund hier, das ist der Chart, also wirklich der Hauptgrund, warum Bitcoin früher oder später auf jeden Fall zu höheren Preisen steigen wird, wie ihr sehen könnt. Wir haben heute wieder einiges zu besprechen, also bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Kryptovideos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann würde ich sagen, lasst uns auch direkt mal loslegen, wie ich bereits gesagt habe. Bitcoin hat unten bei 24.800 Unterstützung gefunden und seitdem haben wir einen richtig schönen, netten Pump nach oben gehabt. Wir haben hier unser Top erreicht, also ein Swing High bei 26.900 Dollar gemacht. Das ist also schon mal eine gute Sache. Wir haben einen richtig schönen Pump von unserer Unterstützung gehabt. Das war es schon mal für Bitcoin. Jetzt gibt es allerdings ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Das erste ist, wir haben gesehen, dass die traditionellen Märkte natürlich auch einen richtig schönen Pump gehabt haben. Wir sind bis, war kein altes Swing High, weil das ist ganz weit hier oben bei 4.633. Aber nichtsdestotrotz, wir haben schon ein kleines lokales Heil gemacht. Aber schaut mal, was jetzt die letzten Tage passiert ist. Wir haben einen richtig, richtig großen Job nach unten gehabt. Was ist der Grund dafür? Naja, es hat was mit den Daten zu tun, die veröffentlicht wurden. Werden wir uns gleich noch darüber unterhalten. Aber das ist auf jeden Fall schon mal das, was passiert ist. Und das bedeutete natürlich auch, dass Bitcoin ein kleines bisschen nach unten getrennt ist. Aber um ehrlich zu sein, nicht halb so viel wie die traditionellen Märkte, was natürlich schon mal eine gute Sache ist. Die Volatilität hat jetzt dazu geführt, dass meine Trading Bots richtig gut gelaufen sind. Im Moment haben sie ein paar kleine Positionen, die sie am Halten sind. Aber ja, nichtsdestotrotz, 15% Gewinn beim Bitcoin-Fastbot, 24% beim Ethereum-Fastbot. Dann haben wir 10 bei diesen hier, der Zyklus-Bot, ebenfalls 20% gestiegen. Also die sind von minus 10% mal eben auf plus 20% in gerade mal ein paar Tagen gegangen. Ganz, ganz schnell und ganz, ganz einfach. Soweit so gut mit den Trading-Strategien. Und selbstverständlich, falls ihr diese Trading-Strategien auch selber benutzen möchtet, mit einem einzigen Klick könnt ihr das machen. Aber wichtig ist, ihr braucht vorher ein OKEx-Account. Den könnt ihr euch mit meinem Link in der Videobeschreibung machen. Und vor allem, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr sogar noch einmal bis zu 10.000 Dollar ein Trading-Boni bekommen. Und jetzt gerade haben wir eine richtig, richtig coole Aktion. Ihr könnt 50 Dollar einzahlen und 50 Dollar gratis bekommen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mit einem One-Click-Setup jeden einzelnen der Bots benutzen. Ich habe auch Hedge-Bots, falls ihr Bock habt, das Ganze zu benutzen. Falls ihr eure Position ein bisschen wegen, ja, falls es nach unten gehen sollte, falls ihr das hedgen möchtet. Im Übrigen, es wird schon ziemlich bald ein richtig großes Update-Video dazu geben. Aber fürs Erste ist das das, was wir haben. Und bis jetzt haben die auch richtig schöne Profite gemacht. So, jetzt kommen wir mal hierhin. Das ist nämlich eine ziemlich wichtige Sache. Das ist auf dem 4-Stunden-Chart. Und das Erste, was man hier sehen kann, ist, wir haben eine bullische Divergenz. Diese bullische Divergenz hat sich schon ausgespielt. Und man kann sehen, dass wir, nachdem wir hier auf diese Unterstützung getreten sind, also diese nach unten gerichtete Trendlinie, da sind wir schön nach oben gegangen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann sollte man einsteigen? Schaut mal, den Widerstand, auf dem wir getroffen sind. Das ist der gleiche Widerstand, auf dem wir auch beim alten Swing High im August getroffen sind. Und ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen chaotisch aus. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja dieses Swing High gehabt. Und an dieser Trendlinie sind wir mehrfach auf Widerstand getroffen. Auch hier an dieser Stelle konnte man sehen, wann war das? Auch im August, da sind wir hier auf den Widerstand getroffen. Und auch jetzt kann man wieder sehen, wir sind hier wieder auf Widerstand getroffen. Wir sind kurz darüber gegangen, aber wir haben nicht darüber geschlossen. Wir sind dann wieder darunter gegangen und haben auch die Kerzen darunter geschlossen. Das ist also schon mal das erste Widerstandslevel, das wir für Bitcoin im Auge behalten müssen, bei 26.500 Dollar. Im Grunde genommen da, wo wir jetzt gerade sind, also bei 26.650 Dollar. Aber im Laufe der Zeit, wenn wir auf den 4-Stunden-Chart weitergehen, dann wird sich das natürlich weiter nach unten verschieben und nach unten trennen. Aber nichtsdestotrotz, man kann sehen, wir befinden uns über den 4-Stunden-200er Moving Average, also über der orangenen Linie. Wir quetschen uns also momentan diese Range zwischen der Trendlinie und der Moving Average. Das bedeutet, also zunächst mal sollten wir es schaffen, durch diese gepunktete Linie nach oben zu gehen, also durch die Trendlinie zu brechen. Dann, was meiner Meinung nach passieren wird, früher oder später, dann wird das erste Preisziel hier oben bei 27.550 sein. Und danach haben wir noch diesen richtig wichtigen Moving Average. Das ist der 100-Tage-Moving Average, also die rote Linie. Wenn ich mal ein bisschen rauszoome, kann man das besser sehen. Hier kann man jetzt nämlich sehen, dass dieses Widerstandslevel schon super oft im Mai 2023 Widerstand gewesen ist. Und ganz allgemein kann man sehen, das ist immer ein super wichtiges Level, auf das man achten sollte. Schaut mal, hier sind wir da hingegangen, wir sind rejected worden, hier sind wir wieder rejected worden. Klar, wir waren kurz darüber, hatten einen Fake-Out, aber auch dann sind wir wieder nach unten gegangen. Hier kann man das auch sehen, mehrfach drauf getroffen, mehrfach rejected worden. Auch hier wieder, ja, ganz, ganz wichtiges Level, das wir auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Immer Widerstand und auch Unterstützung gewesen im Laufe der Zeit für Bitcoin. Wir haben jetzt also einmal diese nach unten gerichtete Trendlinie, wo wir gerade sind. Und da muss man natürlich sehen, werden wir nach oben durchbrechen oder werden wir durch die gelbe Linie nach unten brechen, was ja, wie gesagt, der 200-Moving Average auf dem 4-Stunden-Chart ist. Das sind jetzt die beiden Level, die wir ganz, ganz stark im Auge behalten müssen in diesem Moment. So, dann machen wir nochmal weiter. Und wir kommen zu der Frage, warum es bei den traditionellen Märkten zu diesem großen Drop gekommen ist. Lag daran, dass Inflationszahlen veröffentlicht wurden. Und zwar ist das der Producer-Price-Index. Und das bedeutet, also was der Producer-Price-Index bedeutet, ist das, was die Produzenten für ihre Rechnung bezahlen. Ist ein bisschen nach oben gegangen, war erwartet, dass es 0,4 Prozent sind. Es sind allerdings 0,7 Prozent gewesen. Also die Produzenten bezahlen wesentlich mehr, als das, was erwartet gewesen ist. Und wenn die mehr bezahlen müssen, dann müssen ja auch die Leute, die die Produkte kaufen, irgendwann mal mehr bezahlen. Weil die müssen das ja irgendwann natürlich auch an die Käufer weitergeben, die erhöhten Preise. Die Inflation ist und bleibt also weiter ein Problem. Und auch die Europäische Zentralbank hat vor ein paar Tagen die Zinsen erhöht. Wir sind jetzt bei 4,5 Prozent in Europa, was tatsächlich die höchsten Zinsen sind, die wir seit 2001 gehabt haben. Also lasst uns mal abwarten, was das für einen Effekt haben wird. Aber ich zeige euch jetzt noch den Nummer 1 Grund, den Hauptgrund, warum ich wirklich überhaupt keine Angst habe, Bitcoin zu halten. Vorher sprechen wir allerdings noch über Binance, denn noch mehr Führungskräfte sind von Binance weggegangen. Wir wissen ja, dass Anfang der Woche schon der CEO weggegangen ist. Und jetzt geht auch noch der Leiter der Rechtsabteilung und der Chief Risk Officer. Beide haben das Unternehmen verlassen. Oder ist so, glaube ich, dieselbe Person. Also genau. Ne, doch, es sind zwei unterschiedliche. Krishna Javadi und Sidney Bajala, die gehen von Binance weg und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Des Weiteren haben wir noch ein paar geschwärzte Aussagen von der Klage. Im Großen und Ganzen, was die SEC hier sagt, ist, dass Binance nicht mit denen richtig kooperiert. Wobei, kooperieren die nicht richtig? Naja, im Großen und Ganzen sagen sie, dass die Dokumente, die sie vor Gericht der SEC vorlegen, sind einfach nur irgendwelche Sachen, die jemand auf Papier geschrieben hat. Hier, da sagen sie, sie geben ihnen Screenshots und Notizen, Geld oder unverständliche Screenshots von Bankkontoinformationen, Dokumente ohne Datum oder Unterschriften und Briefe von Anwälten und Tabellen, die für die Zwecke des Rechtsstreits erstellt worden zu sein scheinen. Ohne eben irgendwelche unterstützenden Beweise oder Überprüfungen durch eine Person, die die Richtigkeit der Informationen bestätigen könnte. Im Großen und Ganzen, die SEC ist nicht zufrieden mit den Informationen, die sie von Binance zur Verfügung gestellt bekommen und nur als Randbemerkung. Wir wissen ja, die versiegelten Dokumente gegen Binance, wir werden einige davon sehen, die schon ziemlich bald veröffentlicht werden. Denn je nachdem, was das für Informationen sind, die veröffentlicht werden, dann kann das natürlich einen richtig großen Effekt einmal auf Binance, aber natürlich auch den gesamten Kryptomarkt haben. Denn wenn es tatsächlich ein paar richtig ernsthafte Sachen sind, die bei Binance ablaufen, ja, dann wird das selbstverständlich einen Effekt auf den gesamten Markt haben, weil es ist nun mal die größte Kryptoplattform. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Die Saga läuft weiter und natürlich werde ich euch auch immer wieder auf dem Laufenden halten. Jetzt kommen wir zur türkischen Lira, die sich tatsächlich als größtes Fiat Trading Pair auf Binance herauskristallisiert hat. 75 Prozent des gesamten Volumens von September. Das hier, das ist der Chart. Schaut mal, die türkische Lira, die ist einfach auf Binance explodiert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum das so ist. Naja, ganz einfach. Wenn man sich mal die türkische Lira anschaut, kann man sehen, die ist unfassbar stark abgestürzt. Das ist ein Monatschart, Leute. Im Großen und Ganzen stürzt sie schon seit Ewigkeiten ab. Schaut mal, die türkische Lira ist nicht in einer guten Lage, also wirklich absolut nicht. Und das ist der Grund, warum die Menschen in der Türkei, oder lasst uns kurz auf den Wochenchart gehen, hier sieht man das besser. Die Leute in der Türkei, die fliehen Richtung Bitcoin. Und genau das ist auch der Grund, warum ich so zuversichtlich in meine Bitcoin-Bestände bin, weil die irgendwann nach oben gehen. Denn Fiat-Währungen werden immer, immer eine Abwertung erfahren. Früher oder später, mal mehr und mal weniger. Klar, momentan sind die Zeiten so, wir versuchen die Inflation zu bekämpfen und so weiter. Aber die meisten Fiat-Währungen werden irgendwann in dieselbe Richtung gehen. Das ist, manche sind halt ein bisschen schneller, manche sind ein bisschen langsamer. Selbst der US-Dollar wird irgendwann mal das gleiche Schicksal erleiden. Warum? Ganz einfach, weil wir Geld drucken. Wir haben große Kürzungen, wir werden versuchen mit, ja, wir versuchen die Blutung mit kleinen Flassern zu stoppen, aber nicht das eigentliche Problem zu lösen, indem wir Geld drucken. Jede Fiat-Währung wird also irgendwann das gleiche Schicksal erleiden. Früher oder später. Und nur nochmal als kleine Randnotiz. Seit 2020, oder nehmen wir 2019, die türkische Lira ist um 82% nach unten gefallen. Das ist der Grund, warum die Leute keinen Bock mehr haben, türkische Lira zu halten. Und nochmal als zweite Randbemerkung. Bitcoin ist so ein, wie soll ich sagen, ja, so ein starkes Werkzeug gegen Währungskontrolle. Denn natürlich, wenn man die türkische Lira hat, die 82% nach unten fällt, was versucht die türkische Regierung zu machen? Ganz klar, sie versuchen die Währung zu kontrollieren. Sie versuchen es so zu kontrollieren, dass ihr nicht aus der Währung rauskommen könnt. Die werden also sagen, ihr müsst die türkische Lira auf eurem Bankkonto behalten, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr könnt kein Bitcoin kaufen. Aber keiner kann euch daran hindern, Bitcoin zu kaufen. Jeder auf der Welt, der wirklich möchte, kann Bitcoin kaufen. Es gibt immer verschiedene Methoden. Einige sind schwerer, klar, andere sind einfacher. Aber anstatt Geld in der türkischen Lira zu halten, wenn man Bitcoin gehalten hätte, dann hättet ihr nicht 82% verloren, sondern ihr hättet richtig viel Geld gemacht. Und vor allem hättet ihr eben, wie gesagt, diese gesamte Abwertung der türkischen Lira nicht mitgemacht. Deshalb bin ich so zuversichtlich, Bitcoin zu halten. Und im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.